Hallo und willkommen zu Battlefront. Zumindest kann man hier auf der rechten Seite auch mit einem kleinen Ding davor zumindest mal sehen, wie das Ganze dann aussieht, für die, die das Spiel noch nicht haben. So, dann schauen wir, also hier ist es der normale Rebellen-Mensch, nicht ganz ohne Helm, okay, mit Latze, alles klar, sieht ja auch interessant aus, sieht alles sehr, sehr schöne Details, mit dem Rucksack, den Handschuhen und sowas, wie ich das hier sehe. Okay, auch der Blaster, das sieht wirklich alles schon ziemlich cool aus, die Orden da an der Seite, das wäre natürlich cool, wenn man dann, je höher man ist, müssen wir mal darauf achten, dass dann die Orden vielleicht höher werden, also schauen wir mal weiter, hier, das gleiche mal mit Pferdeschwanz, okay, mit einer seltsamen Frisur, ja, langer Bob, okay, ein Typ mit Helm, das gleiche mit Bart, okay, Wurzelfutzelfrisur, auch nicht schlecht, da sind wir mit Glatze, äh, Glatze. Und Bart und Glatze, ich bin ein harter Kerl. Oh, äh, die Wurzelfutzel, super tolle Frisur, Seitenscheitel, Seitenscheitel Bart, also ein bisschen Obi-Wan, ah, hier, guck mal, auch wieder eine Frau mit Helm, okay, sieht ziemlich toll aus, toll aus alles, ne, also, schon ziemlich cool, ich wünschte mir zwar, es gäbe noch ein paar mehr, aber, das sieht doch schon ziemlich cool aus, oder, hier, der, ähm, Asiate, mit Helm, ohne Helm, wieder mit Bart, aha, oh, hier, der könnte direkt bei Nintendo arbeiten, jetzt sieht ein bisschen aus wie, die imperiale Oma, Omi, also, das geht der Monum gar nicht, also, es tut mir leid, blonde Haare und Omi, also, naja. Ah, ich bin hier oben, ich mach mal meine Haare schön. Okay, hier nochmal ein cooler Typ mit Bart und Glatze und noch einem Bart und noch einer Frisur, also, es wiederholt sich natürlich schon alles ein bisschen, aber, äh, sind ja auch, sag ich mal, die ganz normalen Rebellen-Charaktere, die man jetzt hier sieht, wie man sich auswählen kann. Aha, ein schwarzer, schön hier mit, aber zumindest ist es nur der Kopf, was sich hier verändert, auch mit Bart, das sieht ziemlich cool aus, also, der Bart sieht auch nicht ausge, äh, ausge, aufgeklebt, das sieht jetzt hier ein bisschen aus wie ein Inder, finde ich, plötzlich, das ist sowas von einem Inder. Hier nochmal etwas jüngere, da, da passen die Haare, das sieht doch okay aus, äh, was ist das? Coole Frisur, aha, ein etwas älterer, grauhaariger, blonder, bärtige, hm, nochmal hier, die sieht aus wie eine Japanerin, würde ich jetzt sagen, ich weiß nicht, bei ihm, hu, das ist Karl, äh, ja, oder der Imperator sozusagen. Ah, guck mal hier, ab Rang 40 gibt es dann den, an, 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 Typen, der immer irgendwie komisch war, ich hab mir mal schon vorgestellt, ich weiß, das ist ein bisschen widerlich, aber wenn man jetzt den Finger, einen Finger nimmt und mit dem Finger zwischen diesen Lappen da entlang fährt, ha, 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 okay, Entschuldigung, äh, so, ach, guck mal hier, wo war der nochmal, der war noch in der Bar, am ersten Teil, ne, cool, Rang 40, boah, hier ein Rodiana, aha, wer hat das erst geschossen? Ich weiß es nicht. Ah, Sabrak, auch schick, auch sehr, sehr schön. Ich, Typ, sieht immer aus wie eine Blume, finde ich, der Typ. Oder? Hat doch, hat doch irgendwas von der Pflanze, oder nicht? Ah, die sehen so super aus, die sehen so cool aus, schon in Jabba's Palast, wie geil, ah, oh Mann, sehen die super aus. Also, ich weiß nicht, ob ich den nehmen würde, wenn ich Rang 50 bin, ich weiß nicht, und, ah, okay, ja, Twi'lek, sieht super aus, natürlich, gar keine Frage, aber ist jetzt nicht so unbegleitet, sag ich mal, ähm, sind die doch etwas interessanter. So, dann gehen wir mal aufs Imperium, nach oben, der normale Sturmtruppler, hier, warte mal, was hat sich jetzt verändert, äh, ach so, weiblich, ah, ich verstehe, okay, bisschen schmaler. Ja, da kommen jetzt bei mir die ersten Gedanken, wo ich denke, hä? Aber da muss man wahrscheinlich den Film zugesehen haben, dass man versteht, was bei den Sturmtruppen passiert ist, ich will mich auch nicht so sehr spoilern, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, deshalb weiß ich wirklich nichts, wow, ah, guck mal, haben die eine Dusche an der Seite? Hä, für unterwegs, für E-Box, E-Box, dass es so die Höhe für E-Box wären, ähm, äh, okay, äh, so, okay, also hier der Dingspunkt, ah, dann geht es mit denselben Gesichtern sozusagen, wieder weiter, ah, okay, ja, verstehe, der grimmige Japaner, ah, die Imperiette, sozusagen, oder eine Dusche für Jawas wäre das auch, ne, so, okay, ach, guck mal, die Frisur kostet was, hm, na gut, Ah, okay, hier sie wieder, der etwas ältere Herr, die Japaner, äh, Japaner, der alte, oh, jetzt wird's, oh, super toll, oder? Sieht das cool aus, ich liebe diese Uniform, also diese von den Scout, ähm, die sieht so cool aus, oder der Helm, ich würde mal gerne jemanden sehen, der das als Motorradhelm aufhat, ne, das ist ja super cool, und jeder Schattentruppler als letzter. Ja, sieht ganz interessant aus, würde ich sagen, so, dann gucken wir uns mal die Emotes an, äh, ach so, wir fangen, wir sind ganz unten, ne, ich möchte nicht ganz unten sein, wir wollen ganz oben sein, so, also Sieg, das ist das exklusive Emote, äh, wenn man die Ultimate Edition hat, also zumindestens eins der, wir spielen es nochmal ab, ui, juhu, dann gibt's Schieße zuerst, das ist auch ein exklusive, ich glaub, für den Vorbesteller ist das das exklusive, also, ähm, wenn man das Spiel vorbestellt hatte, so, und dann kommt der Fauststoß, keine Ahnung, was mit dem ist, hm, okay, mieses Gefühl, das ist auch normales, na los, Ionenschock, das ist auch ein exklusives, äh, ja, ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wääh, wie cool, aber naja, das ist halt auch eins der exklusiven, die man dann bekommt, wenn man die Ultimate Edition hat, okay, Gestank, Druide, ja, da muss ich immer ganz, ganz schrecklich an dieses Tanzspiel denken, also, das hat für mich ganz, ganz viel zerstört, in mir hat das extrem viel zerstört, ich hab ihm abgelehnt, da steht doch abgelehnt, abgelehnt? Schande, okay, Schandale, Kein Vertrauen, Daumen hoch, jawoll, Schulter zucken, okay, mach's richtig, okay, bumm, niemals, das gefällt mir schon mal gut, das ist so sehr, sehr schön, wenn einer, wenn einer dich versucht hat zu töten, und du machst dann das, das ist schon mal gut, zu leicht, das ist auch super, Handschellen, naja, Schrei, ja, okay, das ist ohne, ähm, Geräusche, wer weiß, ob da noch Geräusche dabei sind, das weiß ich halt leider nicht, ähm, also zumindest jetzt hier in der Vorschau sind keine Geräusche dabei, sonst würde ich auch nicht so viel reden, Nein, dieser Nein-Schrei, ja, genau, diese zwei Schritte davor, Nein, genau, Schwertkampf, Kadusch, 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 wie bitte, oh, der Hulk, Hulk Hogan hier, sehr gut, yeah, Baby, Rang 35, Tusken Raider, die freuen sich immer, mit diesem coolen Geräusch, nicht gut, okay, nicht gut, na gut, na gut, nicht gut, Muskelspiel, das ist witzig, das ist geil, lachen ist gut, finde ich, lachen ist immer gut, Boxer, oh, das sieht cool aus, bam, bam, büsch, bam, bam, büsch, bü, bü, bäsch, so, und hier ist nichts, äh, hier ist nichts, oh, das war's schon, oh, okay, alles klar, äh, ich würde sagen, für dieses Video war's das, in dem nächsten Video werden wir uns nochmal, ähm, die Waffen anschauen, die anderen Upgrades, die es dann gibt, bis dahin, tschüss und tschau, wenn es euch gefallen hat, abonnieren natürlich, ne, nicht vergessen, oh, tschüss.